Ja, weil Sie jetzt den Verfassungsschutz da attackieren, ich meine, das Video selbst von der freiheitlichen Jugend, wovon Bevölkerungsaustausch die Rede ist, wo verschiedene Verschwörungsmythen vorkommen, wo die Grünen sagen, das ist eine Nazi-Bildsprache, das finden Sie in Ordnung? Poschner, Zeit im Bild. Danke. Wenn ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen darf. Also erstens einmal, es handelt sich um eine Jugendorganisation. Und eine Jugendorganisation, gerade die freiheitliche Jugendorganisation, ist eine patriotische Organisation, die Heimatliebe hat und die einfach mit einem entsprechenden Feuer und mit einem anderen zur Sache geht und natürlich auch für ihre Ziele einsteht. Und Sie haben sich ja selber gerade insofern entlarvt, weil Sie gesagt haben, und das ist das Problem vom ORF übrigens, Frau Poschner, Sie verweisen auf das, was die Grünen sagen. Sie müssen aber wissen, dass die Grünen eine Miniaturpartei in diesem Land sind und längst nicht der Mainstream. Und wenn die Grünen das sagen oder die Frau Bliemling hat vielleicht dann auch noch über das DEW das kommuniziert, muss es nicht so sein. Und ich habe Ihnen, weil ich mit so einer Frage gerechnet habe, habe ich Ihnen zwei Dinge mitgebracht. Also das, ein Baum, ein Strick, ein Strache genickt, das habe ich Ihnen schon vorher vorgelesen. Da hat der ORF überhaupt kein Problem damit gehabt. Und wissen Sie, da hat es früher gegeben, so in der Mitte der 2010er Jahre, so von 2015 bis 2019, hat es Heidi der Antifa High gegeben. Und da schreibt Heidi der Antifa High dazu, Heidi freut sich schon auf den gemeinsamen Fackelzug. Also die Antifa darf natürlich Fackelzüge machen, die dürfen auch Lichtermeere machen, es dürfen die Naturfreunde mit Fackeln herumgehen, die Pfadfinder auch. Wenn Sie die freudliche Jugend machen, das für ein Video verwendet, ist es natürlich höchst schlimm. Und wenn dann die Grünen, so wie Sie vorher erwähnt haben, dann noch davon sprechen, dass es ja überhaupt alles rechtsextrem ist, dann ist es offensichtlich so. Und genau das ist das Problem und genau das ist der Grund, warum wir hier einmal darauf aufmerksam machen. Es handelt sich einfach um eine Pseudo-Aufregung. Und wissen Sie, Ihre Pflicht, das öffentlich-rechtliche Rundfunk, wäre doch eher darauf hinzuweisen, dass es doch irgendwie mit den staatlichen Grundsätzen nicht einhergehen kann, dass sich der Herr Bundeskanzler via Medien über dieses Video aufregt und wie der Hund, der apportiert, dann der Verfassungsschutz daherkommt und sofort öffentlichkeitswirksam, politisch wirksam hier entsprechende Anzeige tätigt. Also das muss man schon einmal ganz klar sagen. Und genau das ist das Problem, das wir haben. Die Verquickung der Medien mit diesen linken Meinungsmachern, dann die daraus resultierenden Fragen und ein vollkommener Verlust jeglicher Objektivität. Und ganz ehrlich, wenn auch als nächste Frage vielleicht noch kommt, die Sache mit dem Balkon, ich stelle Ihnen eine Frage, Sie sind Fernsehjournalistin, ich möchte Sie fragen, wie würden Sie die Hofburg filmen, ohne dass dieser Balkon drauf ist? Es gibt zig Videos von Empfängern, von Staatsempfängern, sonstiges. Jedes Jahr, wenn die Gedenkfeierlichkeiten stattfinden zum Gott sei Dank erfolgten Ende des Zweiten Weltkrieges, dann ist auch dieser Balkon zu sehen. Da gibt es auch vom ORF keine Kommentare dazu. Also da müssen wir dem Balkon zuhängen oder was auch immer. Oder vielleicht sollte sich der ORF einmal darüber Gedanken machen, ob er aus dem Stadtstudio drüben im Parlament berichten kann, denn Sie werden wissen, wie belastet dieses Gebäude historisch ist, nachdem da die Gauleitung drinnen untergebracht gewesen ist. Also wenn man all diese Dinge heranzieht, dann wird man es leider Gottes aufgrund unserer schwierigen Vergangenheit schwer haben, in Wien überhaupt irgendwelche historischen Gebäude zu verwenden. Und mir geht diese Sache schon wirklich auf die Nerven, wenn man ständig mit den gleichen drei Argumenten kommt, ohne das Ganze fertig zu denken. Das Wiener Ratshaus müsste übrigens auch sofort geräumt werden, weil da gibt es einen ähnlich schlimmen Balkon. Gerald Backinger von der APA zum Balkon. Haben Sie gesprochen mit der Freiheitlichen Jugend? Weil dieser Balkon ist ja sehr unmotiviert plötzlich im Bild und wird ja sehr explizit gezeigt. Da geht es ja nicht darum, dass historische Gebäude gezeigt werden. Haben Sie mit ihnen gesprochen, warum das so gemacht wurde? Selbstverständlich. Ich habe sogar sozusagen, wenn Sie es so bezeichnen wollen, das Making-of-Video angeschaut, das Rohmaterial in diesem Schnitt. Und das war so, dass diese Gruppierung von jungen Menschen am Heldenplatz gestanden ist, dass man die im Gespräch gezeigt hat und im Hintergrund eben dieser Balkon aufgetaucht ist. Aber daraus irgendwie zu machen, dass man sich auf diesen Balkon fokussiert hätte, ist ein absoluter Mundpitz und ist unerträglich. Also das an solchen Dingen festzumachen, ist auch den jungen Menschen gegenüber, die in diesem Video sind, absolut ungerecht. Man punziert die, aber mit der vollen Härte der medialen Berichterstattung und man pfeift auch drauf, ob man denen die Zukunft damit versalzt oder nicht. Also ich finde das schon ein starkes Stück. Und wie gesagt, der Antifantenhei rennt noch immer herum oder keine Ahnung, was er jetzt gerade macht oder ob er schon beim Dokumentationsarchiv arbeitet oder wo auch immer. Aber das sind Dinge, die werden alle hingenommen. Ich weiß nicht, was mit den Herrschaften passiert war. Da passiert ist die A4A, die mir hat eine Hilferstraße in Brand gesteckt, wenn der Akademikerball gewesen ist. Das sind alles Dinge gewesen ohne Konsequenzen. Ich weiß nicht, was mit den Pflastersteinwerfern passiert. Also das ist alles für die mediale Berichterstattung nicht interessant. Und genau deswegen noch einmal der Grund dafür. Wir werden das jetzt sichtbar machen, denn es kann nicht sein, dass man ständig Menschen in diesem Land vorverurteilt, ohne gerichtlich Verfahren und übrigens auch Jugendliche kriminalisiert. Die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Die Identitärenbewegungen in der Form gibt es nämlich nicht mehr, abgesehen davon ist sie nicht verboten worden. Das muss man auch einmal ganz klar sagen. Also ich weiß nicht, nur weil jemandem eine rechte politische NGO in irgendeiner Art und Weise zuwider ist, kann man nicht hergehen und das kriminalisieren. Das sind doch, das muss man auch seitens der Medien merken, da macht man doch die Arbeit für antidemokratische Kräfte in diesem Land. Entweder ist eine Organisation verboten, dann ist alles klar. Aber ansonsten gibt es glaube ich schon noch demokratische Grundrechte, die man in diesem Land natürlich hat. Und die man vor allem jungen Menschen, um deren Zukunft es geht, vor allem mit dieser vollkommen verqueren Politik, die diese Bundesregierung macht, dass sich die natürlich um ihre Zukunft Sorgen machen. Und das Artikulieren muss wohl zugelassen werden in einer freiheitlichen Demokratie. Ja, Paul Mayer von Puls24 ATV. Ich hätte noch eine Nachfrage zum Video und sonst zu etwas anderem. Das Video, da kommen ja auch Bilder von Journalisten vor, die da so ein bisschen neben anderen Bedrohungen in Schwarz-Weiß gezeigt werden. Finden Sie das fair, dass man da Leute so direkt anprangert, die diese Personen vielleicht kritisieren, die vielleicht das FPÖ kritisch gelten in diesen Kreisen? Das sind natürlich keine, wie Sie es schon wieder darstellen wollen, keine Hatz auf irgendwelche Journalisten, aber ich kann Ihnen sagen, wo die stattfindet. Die findet nämlich in dem Zusammenhang statt, wenn es um neue Medien geht und wenn es um rechte Medien geht. Da ist man auch um keine Maßnahmen verlegen, diese Leute vor den Vorhang zu zerren und auf diese eine Hetzjagd zu inszenieren. Schauen Sie einmal, was die Linke gemeinsam veranstaltet gegen alle Medien, die sich im konservativen, patriotischen Bereich bewegen.